Hallo und willkommen zum Boss Guide von Jogsaron. Der Kampf besteht aus drei Phasen und hat einen optionalen Hardmord. Nachdem ihr die vier Hüter Freya, Hodir, Mimiron und Thorim besiegt habt und somit aus der Gedankenkontrolle von Jogsaron befreit habt, unterstützen euch diese im Kampf gegen den alten Gott. Sprecht sie hierfür einfach im großen runden Raum von Ulduar an. Alle erhöhen euren Schaden um jeweils 10%. Dazu kommen noch individuelle Fähigkeiten. Thorim erhöht eure Gesundheit um 20% und tötet außerdem in der dritten Phase anstürmende Ads, welche sonst auf 1% leben und sterblich werden. Solltet ihr den Hardmord mit einem Wächter spielen wollen, ist Thorim derjenige, welchen ihr aktiviert. Mimiron erhöht euer Bewegungstempo um 20% und verringert die Zaubergeschwindigkeit der Ads in Phase 2. Hodir verringert den erhaltenen Schaden um 20% und kann ein Raidmitglied vor einem tödlichen Angriff schützen, indem er dieses in einen Eisblock einfriert. Freya erhöht die erhaltene Heilung um 20% und stellt dazu noch einen Brunnen der geistigen Gesundheit. Wenn ihr euch in diesem befindet, wird eure geistige Gesundheit wiederhergestellt. Wo wir auch gleich zur Kernmechanik des Kampfes kommen. Jedes Raidmitglied hat vor dem Start des Kampfes 100 geistige Gesundheit. Ihr seht diese als Debuff in eurem Interface. Geistige Gesundheit kann von diversen Fähigkeiten von Jogsaron reduziert werden. Fällt sie auf 0, werdet ihr vom Boss übernommen und greift anschließend mit deutlich erhöhtem Schaden euren Raid an. In Phase 1 erwartet euch seine Frau Sarah, welche ihr auf normalen Wege keinen Schaden zufügen könnt. Dazu müsst ihr die Wächter von Jogsaron benutzen, welche aus den grünen Wolken am Boden spawnen. Bevor diese sterben, zieht sie zu Sarah, denn wenn sie auf 0% fallen, machen sie an jedem Spieler Schaden, auch an Sarah. Sie schießen außerdem dunkle Salven auf Spieler, was Schattenschaden verursacht und kurzzeitig die erhaltene Heilung reduziert. Das kann und muss unterbrochen werden. Wenn ihr durch die grünen Wolken lauft, triggert ihr ein weiteres Add, haltet dem nach Abstand. Nach und nach erscheinen die Wolken immer schneller. Fernkämpfer und Heiler stehen am Rand des Wassers und Nahkämpfer befinden sich direkt bei Sarah. Sarah beschießt den Raid zusätzlich mit Sarahs Eifer. Hierdurch wird euer Schaden um 20% und vor allem der erhaltene Schaden um 100% erhöht. Wenn ihr diesen Effekt habt, solltet ihr nicht neben einem Add stehen, wenn diese stirbt. Mit Sarahs Segen werdet ihr sofort um knappe 30.000 Punkte geheilt, erleidet allerdings anschließend für 20 Sekunden einen Dot, welcher euch pro Tick Schattenschaden zufügt. Bei ihrer letzten Fähigkeit, Sarahs Wut, erleidet ihr ebenfalls einen Schaden über Zeiteffekt, jedoch wird euer körperlicher Schaden erhöht. Nachdem ihr ungefähr 8 Adds bei Sarah getötet habt, beginnt Phase 2. Sollten noch andere Adds vorhanden sein, zieht diese raus aus der Mitte und tötet sie so schnell wie möglich. Der Raid sammelt sich dabei. Sarah verwandelt sich nun in eine Walküre und Jogsaron erscheint. Das Ganze dauert allerdings einen kurzen Moment. Jogsaron kann auch nicht direkt angegriffen werden, da er ein grünes Schild um sich trägt. Der Raid wird in dieser Phase aufgeteilt. Nun erscheinen sofort drei Arten von Tentakeln, welche es zu kontrollieren und zu töten gilt. Das große Schmetter-Tentakel macht seinen Namen aller Ehre. Geht ihr auf keinen Fall in Nahkampfreichweite, andernfalls seid ihr tot. Schickt auch als Jäger oder Hexer keine Begleiter drauf. Diese werden ebenfalls getötet und machen dadurch an anderen nahen Spielern Flächenschaden, da der Schlag des Tentakels mehrere Ziele trifft. Des Weiteren reduziert es dank Kraftschwächen dem verursachten Schaden aller Spieler, welche sich in der Nähe befinden. Die Fähigkeit kann nur durch Nahkampfschaden unterbrochen werden. Das gleiche gilt für fokussierte Wut, welches seine Angriffsgeschwindigkeit und Schaden pro Stack erhöht. Der Trick ist hierbei einem Paladin abzustellen, welcher mit einer Entfernung von ca. 10 Meter mit einem Richturteil trifft, da dieses als Nahkampfangriff zählt. Die verderbten Tentakeln belegen den Raid mit diversen Debuffs, welche sofort von allen mit Fähigkeit dazu entflucht, entgiftet bzw. mit Magie entfernen und Krankheitsreinigungen entfernt werden müssen. Das Wöge-Tentakel schnappt sich einen zufälligen Spieler, schleudert diesen herum und macht zugleich einiges an Schaden. Allerdings könnt ihr hierbei noch Fähigkeiten benutzen. Zieht am besten defensive Cooldowns oder heilt euch selbst. Die Caster gehen hierbei immer auf die großen Schmetter-Tentakel. Vergesst nicht, wenn möglich zu Multidotten, um so viel Schaden wie möglich auf alle Tentakel zu machen. Des Weiteren beschießt euch Sarah die komplette Phase mit Psychose. Hierbei trifft sie einen zufälligen Spieler, verursacht Schattenschaden und eure geistige Gesundheit wird reduziert. Des Weiteren kettet sie zwei Spieler mit Gehirnverbindung zusammen. Das erkennt ihr an einem roten Strahl, wobei ihr Schattenschaden erhaltet und geistige Gesundheit verliert. Diese beiden Spieler müssen nun so schnell es geht zusammenlaufen, sodass der rote Strahl seine Farbe verliert. Bleibt nun erstmal zusammen, bis auch dieser Strahl bricht. Hinzu kommt, dass sie vier Todesstrahlen auf den Raid schießt. Die grünen Strahlen sind gut zu erkennen und es sollte nicht zu schwer sein, diesen auszuweichen. Sie verfolgen keine Spieler und fliegen somit random durch den Raum. Ihre letzte Fähigkeit nennt sich Geisteskrankheit, welche einen zufälligen Spieler trifft. Der Spieler läuft nun, wie als hätte er einen Todesmantel vom Hexenmeister abbekommen, wild umher und erleidet Schaden. Das Wichtige an dieser Fähigkeit ist, dass ihr euch sofort von dem Spieler entfernt, welcher von Geisteskrankheit betroffen wurde. Diese springt nämlich nach Ablaufen auf nahe Ziele. Sollte jemand in Richtung Schmetter-Tentakel geführt werden, gebt ihm sofort Segen des Schutzes. Um an Joxaron nun Schaden zu verursachen, teilt sich der Raid wie vorher kurz erwähnt in zwei Gruppen auf. Einmal die Gruppe, welche im Raum bleibt und gegen die Tentakel kämpft und einmal eine Gruppe, welche sich zu Joxarons Gehirn teleportiert. Teilt für die Gehirngruppe zehn Spieler ein, welche sich priorisiert aus Nahkämpfern und einem Heiler zusammensetzt. Nach einer Minute in Phase zwei erscheinen zehn Portale. Jedes Portal kann nur von einem Spieler benutzt werden. Teilt alle zehn Spieler auf ein Portal auf. Im Hintergrund seht ihr auch schon eine Grafik, wo genau die Portale erscheinen. Schaut auf euer Raid-Add-On und steht schon vor dem Erscheinen am eingeteilten Ort, um sofort draufklicken zu können. Die eingeteilten Spieler betreten nun das Gehirn. Bei der Gruppe im Hauptraum geht es nun genauso weiter wie auch die letzten 60 Sekunden. Kümmert euch um die Tentakel und vermeidet so viel Schaden wie möglich. Die Gehirngruppe steht nun bereit und klickt sofort auf das jeweils eingeteilte Portal. Ihr befindet euch nun in einem von drei zufälligen Räumen. Dem Stormwind-Raum, dem Lich King-Raum sowie dem Tempelraum. Euer Ziel ist es nun, alle Tentakel in den Raum zu töten, um Zugang zum Gehirn zu bekommen. Vorsicht, denn die Tentakel haben eine Schadensreflexion. Nun macht ihr Schaden am Gehirn von Joxaron. Fällt das Gehirn auf 30%, geht es in die nächste Phase. Ihr habt dafür allerdings nur 60 Sekunden Zeit. Aber nochmal von vorne. Sobald ihr den zufälligen Raum betretet, befinden sich dort Abbilder, welche sich in Tentakel verwandeln. Das Gemeine an dem Ganzen ist, dass sich in dem Raum Totenköpfe befinden, welche stationär in eine Richtung schauen. Wenn ihr euren Charakter in dieselbe Richtung dreht und den Totenkopf somit anschaut, verliert ihr pro Sekunde zweigeistige Gesundheit. Lauft zeitlich und schaut, dass ihr so wenig Blickkontakt wie möglich habt. Ebenfalls ganz wichtig, teilt alle zehn Spieler auf feste Positionen ein. Dadurch weiß jeder, welche Tentakel er zu töten hat. Im Hintergrund seht ihr schon die drei Bilder, welche wir euch natürlich auch in der Beschreibung verlinken. Teilt jeden Spieler auf eine feste Position ein, so weiß ihr direkt, um welche Ads er sich in welchem Raum kümmern muss. Einteilung und Wissen, was einen erwartet, ist hier wirklich das A und O. Wenn diese tot sind, werden die Tentakel oben im Hauptraum eingefroren und es spawnen keine neuen mehr. Zumindest nicht für die restliche Zeit der Hirnphase. Wenn die Tentakel tot sind, könnt ihr den Gehirnraum betreten. Ihr habt insgesamt nur 60 Sekunden Zeit. Wenn diese ablaufen, werden euch jegliche restliche geistige Gesundheit abgezogen und ihr werdet übernommen. Deshalb müsst ihr kurz vorher das Portal nach draußen nehmen und den Gehirnraum zu verlassen. Benutzt für das Hirn gerne eure CDs, um so schnell es geht auf 30% zu kommen. Das Ganze wiederholt sich nun so lange, bis das Gehirn auf eben 30% Leben angekommen ist. Nun startet die dritte und letzte Phase und die Barriere rund um Joxaron verschwindet. Er startet mit 30% Leben, macht dabei keinen direkten Schaden und steht so gesehen nur da. Er spawnen keine Tentakel mehr und Sarah hört ebenfalls auf euch zu beschießen. Stellt euch nun alle zusammen, die Nahkämpfer am Boss, die Fernkämpfer und Heiler in einem Camp ca. 10 Meter entfernt. Die wichtigste Fähigkeit, welche alle Spieler betrifft, ist sein wahnsinniger Blick. Ungefähr alle 12 Sekunden wird dieser gewirkt. Wenn ihr nun Joxaron anschaut, erleidet ihr pro Sekunde Schaden und verliert geistige Gesundheit. Das Ganze hält 4 Sekunden lang an. In dieser Zeit müsst ihr euch unbedingt vom Boss wegdrehen. Holt euch hierfür am besten eine Weak Aura. Sie zeigt euch ganz genau an, wann es sicher ist hinzuschauen und wann ihr wegschauen müsst. In diesem Beispiel steht ganz dick in der Mitte Save oder Look Away. Link findet ihr in der Beschreibung. Heiler drehen sich in der Phase komplett um. Auch Hexer dürfte es relativ einfach haben. Die meisten anderen Fernkämpfer müssen hierauf aber unbedingt achten. In regelmäßigen Abständen erscheinen zudem unvergängliche Wachen. Diese werden sofort von eurem Tank geschnappt. Jetzt sind die Wachen allerdings Macht erfüllt. Umso mehr Leben sie haben, umso mehr Schaden machen sie. Sobald ihr neues Add spawnt, ist dieses immer erste Priorität. Auch wenn das andere noch lebt. Die Adds werden umsterblich, sobald ihr sie auf 0% Leben gehauen habt. Wenn ihr nun Joxaron mit mindestens einem Wächter spielt, sollte Torem aktiv sein, welcher die Adds dann für euch tötet. Des weiteren haut er euch sein ohrenbetäubendes Gebrüll um die Ohren. Hierdurch erleidet der komplette Raid Schaden und wird für 4 Sekunden zum Schweigen gebracht. Der Silence kann allerdings von einem Paladin mit Aura der Konzentration umgangen werden. Mit seinem Schattenleuchtfeuer bzw. machtvolle Schatten heilt er außerdem die Adds. Das spielt allerdings nur eine Rolle, wenn ihr Joxaron ohne Wächter spielt. Wenn ihr diese Dinge beachtet, ist Phase 3 im Vergleich zur zweiten Phase relativ einfach. Vorausgesetzt ihr habt mindestens Torem aktiv. Solltet ihr Joxaron ohne Wächter spielen, verändert das Phase 3 komplett. Ab sofort werden keine Wächter mehr getötet und zugleich in regelmäßigen Abständen vom Boss mit Schattenleuchtfeuer anvisiert und anschließend mit machtvoller Schatten geheilt. Wenn das passiert und alle Adds auf einem Haufen beim Tank stehen, ist dieser definitiv tot, da sie in der Summe mit vollem Leben so viel Schaden verursachen, dass das nicht mehr gegengeheilt werden kann. Deshalb werden immer 3 Wächter, welche mit Schattenleuchtfeuer anvisiert werden, auf fest eingeteilte Positionen aus dem Raid gezogen. Da eure Tanks allerdings beschäftigt sind, machen das Jäger mit ablenkender Schuss. Diese Fähigkeit ist genau dafür gemacht, da sie automatisch nach ca. 8 Sekunden wieder die Agro verlieren und das Add mit voller Gesundheit zurück zum Tank rennt. Hierbei müssen eure Tanks unbedingt kleine Cooldowns ziehen. Da ihr vermutlich keine 3 Jäger habt, benötigt ihr andere Klassen, die spotten und die Adds aus dem Raid ziehen können, wie z.B. Feral Druiden, Krieger oder Todesritter. Hier wird das Ganze deutlich komplizierter und benötigt im besten Fall Raketenstiefel und andere Fähigkeiten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das Problem ist, dass ihr nicht automatisch die Agro verliert, sondern wieder zurück zu eurem Tank rennen müsst. In der nächsten Runde passiert dasselbe allerdings mit 5 Adds. Nun braucht ihr 5 eingeteilte Spieler die spotten und kiten können. Ihr merkt schon, das Ganze wird extrem kompliziert. Die Grundmechanik von Jogg-Saron Nullwächter ist damit allerdings erklärt. Wenn ihr euch das Ganze mal im Detail anschauen wollt, dann empfehlen wir euch unbedingt das Video von unserem Kollegen Schniesen. Er ist Raidleiter der Speedrun-Gilde Anbu und hat dazu ein extrem detailliertes und gutes Video erstellt. Hier erklärt er jeden Schritt bis ins Detail. Wenn ihr euch wirklich einen Jogg-Nullwagen wollt, dann schaut hier unbedingt mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.